Pest drauf Ja Moin Ja okay, ich hab nichts gesagt Ich werf jetzt auch Wert Jaa Doch, bis ich mit meinem Drifter losfah Hehehe Ey, was die Leute in Ruhe Eingepackt Oha Wo ist er? Nein, die ist grad gegen ein Gebäude geflogen, clippe ich ganz kurz Oder Eiver immer so einen Topfen neben mir her tragen und Das clippe ich ganz kurz, ich bin grad perfekt durch so einen Strom, was durch Ich hab grad Stand mit meines Lebens Äh Hallo Yo, 8 Stunden Hallo yiii, Ohhoho Ganz knapp Hiiiii Clippe ich Ich kill dich vorher ja du warst gleichzeitig wer ist aber er denn wer ist er denn ich habe es leider nicht gesehen ich kippte trotzdem ich weiß, ich darf das hier nicht Liga, halt mal deine Fresse, Skibi, Alter! Pff, hey, ich wollte nen Körper machen! Haha! Aksi! Guck, guck, du kennst! Oh! Oh! Ohohohoho! Oh mein Gott! Hahaha! Hahaha! Liga, ich riss gerade den Casino! Und er einfach guck, du kennst! Alle wollen nicht! Alter, Schneid brennen, okay, ich will dich ab, warte hier! Moin! Hör' dir bei meinen Körper! Das war, Cliff! Warte, warte! wie hast du es geschafft warum zu bringen ungefahren und hätte ich nicht erwischt ist Kevin du kannst gar nichts ich bin festgelegt und Bote machen nicht sogar platt wo es bei sich ist die Frage es war ich jetzt in Los Santos Loi Warte fach ich hab voll die komische Animation ich hab jetzt erst meine erwischt werden Ambition die ich ganz vorhin haben wollte ne und ich bin unter der Map oder sowas ich hab mein games gecrashed flippen best aufwert leute hallo kann anyone help me ich will mein kill zurück bist du runtergefallen ja oh fuck digger richtig bin runtergefallen ey chimich what the fuck wie schaffst du das mach mal deine Hexen auf auch darauf kommst ohne kommt man nicht drauf ja bruder dann hast du es einfach nicht geschafft ich bin letztes mal ohne gabelstapler darauf kommen und sonst würde ich das nicht sagen nein ja dann bist du einfach zu schlecht achso stimmt ja oh mein gott yo yo bitte win bitte win bitte win bitte win bitte win vielleicht habe ich verarscht er ist immer noch der ding aber bitte win 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 auto gewonnen hat das auto gewonnen dein vater habe ich gewonnen der osiris ist jetzt meiner leute ich war so krass hallo ich habe gerade mein mark 2 angefordert ha 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 ich klipp das heute bist dann du hast du dich schneller ich hoffe es ist noch da hä hä fuck aber ich klipp das ich werde gerade von einem wagen vergewaltigt wo ist der wagen hin nice du würdest es gar nicht mehr bekommen er muss eine woche nicht auf disco aktiv sein du musst nicht mehr bekommen wenn der server noch weg wäre klipp ich hä hä ja 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 her das geht nicht hä es geht nicht null hä hallo hä hast du er war er war dran es geht ja du hast die Locken abgeholt Worte fangen wow hat sehr folgiger akzeptisch Jo, bist du schnell? Aber ich kann mein U, ich kann's nicht hier lenken. Du kannst einfach nur vor mir jetzt in Röpfel fahren. Echt? Mal, jetzt mein U, jetzt steht schräg, guck mal das Peroskop. Alter, ich guck durchs Peroskop, oder wie das heißt. Let's go. Wo sind wir? Wir stehen schräg. Hilfe. Hä? Du fährst schräg, wir bangen uns immer wieder schräg. Hä? Ich bin der Ego, hä? Ich bin der Ego, bei mir ist der Ego alles verwackt. Lol. Ich kann nicht mehr die Ego, lol, klippig. Ich bin der Ego, aber ich kann nur den Kerl an. Dumpf. Ja So. E بهuté von der. Blödsinn. Äääh. What the fuck? Mein u. Nein. Lass mal die Zeit ablaufen. Ich will wissen was passiert. es ist unser stürmer das ist unser stürmer die für alle stimmt wir waren ja eh still und leistet die machte nein das ist das seltenste fahrzeug was ich hier gesehen habe erst mal klippen ich will ihn langsam machen um elite zu triggern weil er keine atemmasken hat hat er hast du gerade gefurzt hast du gefurzt ich bin auch nicht hier und die leute hast du anders wo fährt der denn lang dieses patrouillen fahrzeug fährt er was warum fährt das nicht auf der straße sondern irgendwie offroad lang zu wild gleich auf youtube buchen und leute fäcklicher wird von dem kleinen kipp kassier kassier zeig mir die geländen vorzeuge habe ich glaube ich nichts warte ich muss überlegen weil ich hab auf diesen ok ich guck was hier aufbaut ist ich guck mal mit dem kamera jay ey mein gefühl war richtig ich habe gesagt safe der pinker diamant und es ist der es ist er und es ist live dass ich gedacht alter oh mein gott der panther der panther fällt durch den boden boah ich suche kurz nach einer solo öffentlichen ich konnte auch irgendwie ohne luft ab vielleicht hätten wir das gar nicht auch mal aber hä das ist wild aber ich fahre erstmal pass auf ich stehe mitten auf der landebahn ja aber warum ist das gebiet da rot duft ab wären wir aber aus ne ja safe kommt 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 ist ist bei euch das gebiet auch rot markiert mhm sieht irgendwie aus als würde ich hier nicht haben what the fuck wo hä 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 er kann fliegen ja er kann fliegen ja hallo ihr da draußen wollt ihr schwollt ihr den schönen Finger sehen weißt du so die S-Klasse ointérieur höre schön das man Grön mal so holst du malos willst du malos sind manös sind drei過去 schrei meck da Gal wartestange die insel ist einfach so hé hее Fü-f welcher da fliege der bliebäckchen nimm das mit das können wir an der rosentafel stecken hä warum ich suche noch mal hin bam da 8 1 für die 8er erster oder amerikanisches datum erster achter vielleicht kommt da ja ein neues dlc erster achter neues dlc ich sag's euch police dc oder an dem datum kommt geht ihr online auf die ps5 die bearbeitet ja oder geht ihr online auf die ps5 oder es ist einfach eine random zahlreiche sagt solche werden damit er ich hab meisten bei mir kopf am 8 das ist das jede der wurde man mit dem den hat er das ist ein motor das ist ein motor kunden Nein! Zwei Sekunden! Zwei Sekunden! Warte mal. Achtarmiger reingeorgelt. Mit acht habe ich mir eine eingeorgelt. Klippisch. No joke. Jetzt. Ganz faule Sack. Hä? What the fuck? Ich muss mir umziehen. Ich habe ein Gästezimmer, Digga. Hä? Ich muss halt nur damit klarkommen, dass ich noch zwei runter habe. Was? Hä? Hä? Alter, nee, jetzt feiere ich die, ja. Das feiere ich gerade. Zwei. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal, ich habe drei Kirschen. Ist doch nicht wild? Ist doch nicht krass, aber tro... Ach so, Scheiße. Dann lass aber, eh, Digga. What the fuck? Hä? Ein Auto ist weggespawned. Dann laden wir, Digga. Mir geht es genauso wie dir gerade. Warte mal kurz. Wir hätten zehn Stunden Schlaf währenddessen bei die Eier reingegangen. Jetzt hier da. Wie lange? Ey, der Stream geht erst seit 120... 102 Minuten, Digga. Was ist dein Drecksproblem? Ah, Leute, komm! Noch ein Spin! Oh mein Gott! Okay! Gefiebert, Alter. W-What the fuck? Wo kommt... Hä? Wo... Wo... Weg? Also, ich stehe jetzt... Ich stelle mich jetzt extra weit hinten hin, damit die Rakete auch nach hinten wegfliegt. Denkst du dann fliegt das nicht? Republic! Ja, wo kam! Wo kam! jeito